So, exklusives Interview mit dem Keeper Felix Hoffmann von Ersten Herden TSV Schofhörden. So Felix, wie hast du dich denn heute auf das Spiel vorbereitet? Es war wirklich lange im Schlafen, dann mit einem leichten Frühstück mich entsprechend auch vorbereitet, dass ich nicht zu vollgefressen bin und ich hoffe, dass wir jetzt das Spiel gut angehen können und auch entsprechend dann für uns positiv gestalten können. Sehr gut. Ja, und was ist dein Tipp für heute für den Spielausgang? Oh, das wird nicht einfach, aber ich glaube, wir stehen hinten heute sicher. Nach vorne, wenn sicherlich ein paar Aktionen möglich sein. Ich sage mal so ein sicheres 3 zu 2. 3 zu 2, sehr optimistisch. Was sagt denn hier der andere Spieler? Der andere Spieler. 4 zu 1. Benjamin Finke. Definitiv. Benjamin Finke, genau. 4 zu 1. 4 zu 1. Ja, und wie hast du dich heute vorbereitet auf dieses Derby? Ja, klar, das ist gut zu schockieren. Ist aber gut. Vor kalten Kohlen. Schön, dass er auf den Kater loszuwerden. Ja, ich sehe schon, es kann ja nichts mehr schief gehen. Und jetzt noch ein kleiner Kommentar vom Pressewart. Was ist dein Tipp für den Spielausgang heute? Ich sage 3 zu 1. Für Schofhörden. Also eins ist schon mal sicher. Schofhörden wird gewinnen. Und ja, auf der Rückfahrt hören wir uns wieder. Ja. Auf der Rückfahrt hören wir uns wieder. Für Schofhörden.